Hey! Da! Will you feel the fun? Ja, Gwendal Maison ist eigentlich ein Glücksfall für das Casino, weil sie eine sehr hochständige, gute, klassische Musikerin ist, aber gleichzeitig ist sie eine gut vernetzte Kommunikatorin, die wirklich auch gerne über die Musik spricht, gerne mit Musikern spricht und gerne auch Musiker begeistert für ein Projekt, das etwas anders ist als einfach nur ein 1 zu 1 Konzert. Heute ist Andrea Schell bei mir zu Gast. Ein Musiker, den ich seit Längerem verfolge und bewundere. Er ist inspirierend, er ist ungewöhnlich. He hat eine einzigartige Stimme und eine einzigartige Kontrolle über seine eigene Stimme. und hat die Freiheit vom Geist, von Fantasie, um über die normalen Beschränkungen, die man kennt, in der Musik hinaus zu denken. Einer der besten Bassisten, die ich je gehört habe, egal welche Stilrichtung. dieser Mann groovt. Es ist für ihn nicht möglich, einen Bass in die Hand zu nehmen, ohne dass es einfach anfängt zu grooven. Wolfgang Zwieauer, ein Bassist, die ich glaube im Jazzkreisen überaus bekannt ist. Für Leute, die Rock-Mundart mögen, er ist der Bassist von Sidi West. Für mich ein persönlicher Freund, den ich gut und lange kenne, wo ich nach jahrelanges Warten endlich eine Möglichkeit gefunden habe, dass ich mit ihm spiegeln kann. Hallo, how are you? So ist das eben. Jetzt müssen wir Töpfe suchen, so schwarze Töpfe. Wo nachher die Gwendoline spielt für uns. Zum Beispiel. Until the darkness. You can either go for ghostly sounds, so they're very light. Or you can really just take a carpet. Single notes, it's a bit easier to intonate. ... ... ... ... Es wird auch sehr wichtig sein, dass man sich bewusst ist, welche Klangfarben haben wir. ... ... Das Einzige, was ich hundertprozentig garantieren kann, ist, dass es genauso neu ist für das Publikum als für uns Musiker. Wir wagen ein Unikat jedes Mal. Das erste Konzert am 26. Oktober als Beispiel. Ein Werk, der bekannt ist im Originalfassen und zwar ein Violinkonzert von Bach. Danach gibt es weitere Werke von Bach und auch von Andrea Scherer und jeder Einzelne ist neu interpretiert. Das hat der Bach so nicht gedacht in 1720, als er es komponiert hat. Und ich habe auch nicht gedacht, bis vor ungefähr vier Monaten, dass ich das machen würde. Aber mit solchen Musikern, mit Menschen mit so viel Talent und so viel Weitsicht, das sind furchtlose Menschen, die da auf die Bühne gehen mit mir. Kann man sich sowas erwagen und davon ausgehen, dass wenn der Bach sich drehen würde im Grab, dann nur um aufzustehen zum Tanzen. Hein! So! Frage Wolfgang 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 Wolfgang